AfD bei bis zu 40 Prozent unter den Jugendlichen. Eine Umfrage unter Schülern im Kreis Fulda hat gezeigt, dass die Jugendlichen überwiegend die AfD unterstützen, anstatt wie erwartet die Grünen zu bevorzugen. Die Grünen hatten gehofft, durch die Einführung des Wahlrechts ab 16 Jahren ihre Wählerbasis zu stärken, doch die Ergebnisse der Umfrage deuten auf das Gegenteil hin. Bis zu 40 Prozent der befragten Schüler in Fulda gaben an, dass sie bei der Juniorwahl, einer simulierten Wahl für nicht wahlberechtigte Schüler, für die AfD stimmen würden, während die Grünen kaum Zustimmung fanden. Dieses Ergebnis steht im Kontrast zu den Annahmen der Grünen, die Jugendliche als ihre potenziellen Unterstützer sahen. Die Umfrageergebnisse haben die lokale Bildungslandschaft aufgerüttelt und Diskussionen über die politische Bildung und die Beeinflussung junger Menschen durch ihr familiäres Umfeld angestoßen. Die Rektorin der betroffenen Schule äußerte Besorgnis über die Beliebtheit der AfD und kündigte an, die Wahlentscheidungen der Schüler nach den Herbstferien intensiv diskutieren zu wollen. Die Befunde sind besonders bemerkenswert, da sie eine deutliche Diskrepanz zwischen den politischen Präferenzen der Schüler und den Ergebnissen der echten Landtagswahl aufzeigen, bei der die CDU und die AfD die führenden Parteien waren, während die Grünen immerhin 12,7 Prozent der Stimmen bei den Erwachsenen erreichten. Die Diskussion um das Wahlalter ist durch dieses Ereignis neu entfacht worden. Während einige das Wahlalter gerne auf 16 Jahre herabsetzen möchten, gibt es auch starke Gegenstimmen, die auf die Reife und die notwendigen Erfahrungen hinweisen, die Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr sammeln sollten, bevor sie wählen gehen. Das überraschende Umfrageergebnis hat somit nicht nur politische, sondern auch gesellschaftliche Diskussionen über das Wahlrecht und politische Bildung angeregt. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Ergebnisse auf die tatsächliche Politikgestaltung und die Wahlgesetze in Deutschland auswirken werden.